So, der Paulchen ist hier drinne. Ich hab's geschafft. Der ist ganz ruhig. Mal sehen, wie lange. Viel zu früh hier. Aber ich musste ausnutzen, dass Paulchen hier gerade drin gesprungen ist. Na Paul, müssen wir noch raten. So hat das jetzt schön eingelebt alles, ja. Fühlt sich auch gut an. Oh, klar. Mensch. Entschuldigung. Sieben Kilo. Wie viel? Sieben. Sieben Kilo? Ja. Ich lehn mich nicht drauf. 5,5 hat er gewogen, letztes Mal. Er fühlt sich auch schwer an. Na Paul, Alter. 5,4, ja. Aber ja. Jetzt gibt's die Erden nur noch. Hast du was für Riffen gekriegt, hä? Ja, Alter. Was? Sieben Kilo. Kein Hundertsicht nicht drachen kann. Nein. Was? Das war's. Ja, ich bin. Jagen. Und ich hab dir das schwer, nicht? Ich bin. 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 Lass mich sieh. Fahne. 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 Wie ist mit Trinken? Er trinkt etwas weniger jetzt. Vorher hat er einen Liter am Tag getrunken. Jetzt ist es knapp über einen halben Liter. Also ein bisschen weniger. Ist weniger, ja, aber über einen halben Liter ist eigentlich auch noch so viel, oder? Ist für eine Katze wirklich viel, ja. Denn die Flüssigkeit beziehen sie ja aus dem Essen. Die haben hier immer sehr hoch konzentrierten Urin, die Katzen, also die trieben nicht viel. Ja. Gut, reicht uns schon. Wunderbar. Ja, der ist geschafft. Gut gemacht. Prima. Ein Lockmittel. Wie ist der Paulchen alles überstanden? Nicht still? Sitz wieder nach Hause. Ja. Hallo Paulchen. So, jetzt fahren wir wieder nach Hause, nicht? Alles gut überstanden. So, Paulchen wieder zu Hause. Mal hier aufmachen. Schnell was fressen. So, schnell was fressen. Mal. Schnell was fressen. Vielen Dank.